Wir waren für die Maus unterwegs in Bayern. Dort haben wir Bibi Rehm getroffen, der kann was ganz Besonderes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine tolle Art, sich in den Bergen zu verständigen. Aber man kann nicht nur gegeneinander jodeln, man kann auch miteinander jodeln. Wenn mein Bruder zu mir kommt, dann setzen wir uns zusammen und singen miteinander jodeln.